Wir müssen den auf der Karte markierten Bereich erobern. Ausrücken! Der Gegner weiß, wo wir sind. Wir haben die Panzerungen durchschlagen! Geladen! Legt los! Die wurden entdeckt! Die wurden entdeckt! Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung! Schießen wir mit Wattebällchen? Entdeckung! Die Gegner schlussreifend! Sie kamen mit Hamer aus. Hagen kann die Karte markieren! Karte und Karte waren hier in der Karte. Die 10m-J-Weltkarte sind in dieser Karte und Betriebe. Die没wanderung wurde in der Karte. Sie kamen von Karte ab. Sie kamen von Karte und schlagen. Die war die Karte nach vorne. Sie kamen von Karte aus. Sie kamen von Karte. Geh lang! Weg los! Der Gegner hat uns im Visier! Das hat ein großes Loch hinterlassen. Der Gegner hat uns im Visier! Das hat ein großes Loch hinterlassen. Wir haben die Kölzer umdurchschlagen! Und tschüss! Konzentriere dich auf diese Stelle! Der Gegner weiß, wo wir sind! Wir haben unser Positionslager getroffen! Geschützt geladen! Der Gegner weiß, wo wir sind! Diesen Bereich fokussieren! Die wurden entdeckt! Der Gegner weiß, wo wir sind! Der Gegner weiß, wo wir sind! Das hat ein großes Loch hinterlassen! Wir haben einen unserer Panzer verloren. Der Gegner weiß, wo wir sind. 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 Sie haben uns gefunden! Der Gegner hat nur noch einen Panzer! Der Gegner! 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 Wir haben die Kölzerung durchschlagen. Wir haben die Kölzerung durchschlagen. Der Gegner hat uns im Visier. Der ist Geschichte. Besser als Schub überhaupt. Die Kölzerung durchschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017